Hallo, grüße euch. Heute Bau, Hausbau eines Einfamilienhauses in Piliberburg. Ich zeige euch einige Details, Stromanschluss, Dachstuhl etc. Also bleibt einfach dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann einfach anrufen, sämtliche Daten wie immer unter in der Baubeschreibung. Schreibt einfach die Kommentare bzw. eure Fragen in den Kommentaren. Ich versuche auch alle zu beantworten. Oder aber ruft mich an per WhatsApp. Nur wie gesagt, ich habe auch nicht immer Zeit. Das teilt das Video an eure Freunde, Bekannte und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.